alle Leute von der Luft mit Hallo und wir sind mal wieder da nach am Center ja einfach so und wir haben jetzt den Titan also nicht das Ding in meiner Hose oh mein Gott ey der war so schlecht ich gebe noch nicht meine Bemerkung dazu ab wir wurden wirklich super schlecht wohin um doch eine Fresse man ich will mal dein Leben ach du scheiße auch nein oder doch oh oh mein Gott ja ja das hatte ich auch vor nein warum willst du ein Deathmatch nein 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 scheiße verdrückt scheiße Moment mal Moment mal kann ich mit dem Titan Burnout machen nein nein kannst du nicht ne geht leider nicht ich hätte auch in den falschen Knopf gedrückt lehnen das mal ab ähhh ich sehe da so einen Titan fahren ich kann nicht das nochmal ablehnen ich kann auch irgendwie B oder so drüber B ich kann nur A oder B drücken wenn ich A drücke okay das ist ok wäge immer dafür da ab zu nehmen das Ding der Kloppo Mann ne äh komm zurück ich habe ja die ganze Zeit geertet wenn wir zurückkommen und wäre mir zu viel aufbauen was ist Was willst du? Lass mich einsteigen! Was ist das? Ey, fack mich ab, Mann! Du lebst einfach noch! Lass mich einsteigen! So beginnt dein perfekter GTA-Start. Hör auf, hör auf, hör auf! Ich hasse dich. Ich dachte, du lässt das dann jetzt, weil du jetzt einsteigen willst. Seit wann hast du Haftbomben überhaupt? Scheiße, ich hab zwei Lichter, zwei Sterne. Boah, ich will nicht den Dicken in Jester nehmen. Boah, sieht so geil aus. In der Aufnahme, das musst du dir mal angucken. Die ist aber so richtig fett. Ich wollte mal wetten, die kann einfach nur nicht mal mit dem Smartphone, weil sie zu dicke Finger hat das bedient. Ja, möglich. Sieht die so aus wie das Bild von dem, was du mir geschickt hast? Noch in zehnmal. Übertreib dich! Okay, 25. Oder ist das noch untertrieben? Ey, der Titan-Bug bei mir rum. Der Doing 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 Doing. Er springt so rum. Zeig den Leuten mal den... Die Polizei... Ja, die Polizei springt einfach auch noch gegen... Fährt einfach gegen dieses... Dieses Zauntor. Fährt grad das Auto wär kaputt, aber nee, ist nur schwarz. Ich hoffe, das ist nicht... Hau mal nach hinten und gucken, ob dieser Bus da immer noch am springen ist. Ja, ich gucke. Ich muss eben an meinen dicken Jester, meinen dicken Injester. Das ist wieder zum Running Gag, oder? Ja, äh... Genauso wie das Infernuschen. Infernuschen stimmt aber nicht von mir. Ja. Der dicke Injester kommt. Aber die Titan... Ich fahr einfach an einem Bullen vor, weil er rafft es nicht. Ja, aber bei mir sind mal... Drei... Ne... Na, wo kommst du jetzt? Ich bin ganz knapp an den Polizisten vorbeigefahren. Die haben es einfach nicht gerafft. Mein Dich hat grad irgendwie so ein Fell gehabt. Das ging grad... Das ging grad einmal ganz schnell aus. Hört mal kurz die Polizisten los. Soll ich dir mal helfen? Hm... Ne, du lass mal. Da ist sie aber... Man, die Polizei fährt hier überall rum. Okay, bin sie los geworden. War jetzt ein Drag Race gegen mich selber. Ne, lass mal unsere beiden Autos testen. Wir dicken Injester gegen die Königseier. Genauso nennt wir die Autos jetzt. Ey, ich wüsste... Wenn wir irgendwann... Wenn wir irgendwann... Wenn wir irgendwann... Wenn wir irgendwann... Wenn wir irgendwann einfach berühmt werden mit unseren GTA-Videos... Wird auch das Infernuschen nicht mehr das Infernuschen sein. Wenn wir dann... Wer zieht? Du. Oh, schon wieder. Ne. Drei... Dro... Eins... Los! Natürlich war dein Königseck ja natürlich auch betuned durch. Königseck. Aber ich... Aber wollen wir wetten... Königseck. Wollen wir wetten, ich gewinnen? Ich hab mich einfach selber in die Luft gejagt. Ich wollte dich in die Luft... Oh mein... Gott... Bist du behindert einfach. Ich wollte dich... Du darfst schön dein Auto bezahlen. Ich wollte dich einfach in die Luft jagen und jag mich in die Luft. Ja, das kommt auch mit meinen dicken Injester her, Gast. Denki... Wie heißt der? Denki Jester oder so? Dinka Jester. Ja, ne... Was nen Name einfach für'n Auto. Moment mal, ich hab echt ne Idee... Welches... Fahrzeug... Für ein Drag Race. Ist echt die perfekte Idee. Ich weiß schon, was kommt. Jetzt kommt ein Panzer. Oh, komm schon, das Fahrzeugspannter ganz ganz hinten. Ach du Scheiß... Ich so... Sag's mal. Was soll ich machen? Die Sache mit den Jobs. Ach ja. Ich wollte mal fragen, wollt ihr auch Jobs sehen oder soll ich dafür irgendwie auch noch extra GTA Online Jobs machen oder sowas? Keine Ahnung. Könnt ich auch machen, ne? Rein theoretisch. Ja, theoretisch gesehen könnten wir das natürlich auch machen. Und weil ich, ähm, schon die zwei Parts alleine aufgenommen habe, würd ich sagen, morgen kommen einfach zwei Folgen hoch. Einmal, ähm... Einmal das normale mit dir und einmal alleine, oder? Ja, das kannst du entscheiden, ob du das alleine, äh, wo du alleine das hochladen willst. Auf jeden Fall will ich das hochladen, wo ich im Kino bin. Dinker Jester. Den dicken Injester. Ey Leute, sag mir, was für ein Auto er genommen hat. Äh, ich schreib's jetzt. Ich schreib's jetzt. Warte kurz. Ne, der Banana Bus jump musste. Ne, das ist nicht der Banana Bus. Der Shuttle oder so. Wo ist der Banana Bus? Und ich flieg einfach nicht runter, auf was du willst, ne? Nein. So. Okay. Du zählst. Drei. Drei. Eins. Los. Ah, komm. Meinst du, die deutlich schnellere Beschleunigung? Auf der geraden, gewinne aber meine Königseier. Ja, und, ähm, eigentlich müsse ich ja meiner schneller sein, weil ich ja den Double-NCT habe. Ja, das T steht für das 10-NCT. Ja, genau so ist es. Aber ich hab den Entity XF. Ja, das steht für, ähm, 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 X-F. Nein, ähm, Xeon, äh, Xenon, ähm, eigentlich wollte ich jetzt was F-Wort sagen, aber ne. Arschloch. Was? Ja, ich hab' wieder einen Speer. Ja, und jetzt musst du auch noch mein Fahrzeug bezahlen. Ach, wie dat bloß enden wird. Ich bin bei der, aber du hast, äh, das persönliche Fahrzeug eines, was weiß ich was, benimm dich sonst. Was, später Punkt, 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 Punkt. Wie legt der mich sonst, dieser, dieser Typ, der mir die ganze Zeit in den Nachrichten schweigt? Dann kommst du vor ein paar Tage in so ne Lobby. Ja, also, je nachdem wie viel du zerstört hast. War ja nicht viel, ne? Ja. Aber ich kann's mir, ey, mein Geld geht einfach nicht runter, obwohl ich dir das eigentlich bezahlen müsste. Doch, die sind vorhin schon abgezogen. Ich kann das... Hell, nein! Ich kann das einfach jetzt noch nicht liefern. Erst in 1 Minute 40. Gern geschehen, ich stopf schon mal die Aufnahme. Da pausier sie, besser gesagt. Ja, ähm, ich lass' das... Ein kleiner Cup. Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen, wieso sag' ich das für euch, soll das direkt weitergehen? Na? Sollte, wenn du's, wenn du's richtig machst, dann ja. Denn es gibt ja auch mehr. Aber so wie ich dich kenne, wirst du bestimmt wieder irgendwas verbauen. Die selber irgendwie was kaputt machen. Dann tue ich gar nicht. Wo bist du denn? Aber du nicht bist. Aber ich kann die Zäune einfach nicht hier kaputt machen. Moment mal, ich kann mal von der anderen Seite, okay? Okay. Und weil ich grad kein Flugzeug anmisch oder da, belassen mich auch nicht durch. Ich hab' einfach mal jetzt schon ne Lampe weg. Fahr, fahr, wo du mich grad in die Luft gesprengt hast. Darf man das direkt, wäre jetzt okay. Ja, ich bin schneller als du, ich wette. Ja, bist auch, weil ich grad schon wieder gegen zwei Zeugen. Ist mir egal, selber schuld, wäre ein Auto fahren. Nee, ich wollte hier eigentlich umfahren. So, sag' ich schon, wenn du da hinten bist. Ich will das gar nichts. Boah, danke L.G. Machst du schon mal so ein Spielverderber-Lobby? Nee, freund aber. Ernst aber nicht, du springst meine Sache in die Luft. Das kannst du ein paar Mal machen, seit wir fünfmal irgendwo ist. So. Boah. Du zählst mal runter. Drei, zwei, los. Drei, zwei, eins, los. Drei, zwei, eins, los. Da hab ich die Kurve gepasst hab. Oh, du musst so direkt hinter mir machen. Ja, ich bin ja... Ich bin ja hinterhergefahren. Ich bin ja hinterhergefahren. Wo ist das Ding denn jetzt hin? Da hab ich das schon mal gesagt. Ja, wegen dir ist meine, ähm... Abgesägte Schrotflinte jetzt weg. Moment mal eben. Nee, sie ist nicht weg, aber... Wollte ich doch verarschen, oder? Jetzt hab ich ihn Platten. Ja, so gewinnt das weg, ey. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 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 6 6 6 7 7 9 5 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 7 8 8